Was geht ab, liebe Jungs und Mädels? Hoffentlich geht es euch gut. Lange nicht gesehen. Heute sind wir im schönen Hessen, einer der schönsten Bundesländer in Deutschland. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Heute machen wir ein bisschen Brust, Schulter. Mal gucken, weil wir haben ja nur eine Stunde, 15 Minuten Zeit zu trainieren. Kurz und knapp. Ich heute mal keine Birpes. Meine kleine Hauszeit an euch alle da draußen. Bewegt du einen Arsch. Macht was. Keine Zeit, tut mir leid, ich muss weg. Gib kein Frühstück oder Zeitung im Bett. Ich habe keine Augen auf der Liebe, aber dafür zwei aufs Geschäft. Bitte lass uns stehen, ich will nicht reden. Nur für ein paar Stunden in dem Film leben. Schau mich nicht mit Knopfaugen an wie Anime. Hab die rosa Brille schon getauscht gegen Cartier. Die Storys von einem Traumprinz. Zu spät, wie das Ende ausgeht, hab ich gesehen. Diese Tour mir zu heiß, darum bleib ich cool. Erst mal eine Mische und danach hochen wir Cool, ja. Brauchst du Liebe? Ja, dann geh zu deiner Mama. Das Einzige, was von uns bleibt, ist der Kater. Nein, du kannst mir nicht trauen. Gib Kickdown und steig in dein Weltmobil. Du musst weg von mir. Baby, ich tu dir nicht gut. Präsidenten-Sweet, rauch'n Kelly-Weed. Doch ich bleib nur zu Besuch. Liegen im Bett, smok'n ohne Punkt und Komma. Wenn ich lache, sagst du, ich bin deine Bocahontas. Ruf den Zimmer-Service an, bisch dir noch ein Wodka. Mach' zuerst die Kerzen und dann die Bose-Box. Du kriegst mein Herz heute nur geborgt. Beim Schlafen sagst du meinen Namen. Ich flüster dir leise ins Ohr. Baby, ich bleib nur für eine Nacht. Brauchst du Liebe? Ja, dann geh zu deiner Mama. Das Einzige, was von uns bleibt, ist der Kater. Nein, du kannst mir nicht trauen. Gib Kickdown und steig in dein Weltmobil. Du musst weg von mir. Baby, ich tu dir nicht gut. Präsidenten-Sweet, rauch'n Kelly-Weed. Doch ich bleib nur zu Besuch. In deinem Weltmobil. Du musst weg von mir. Baby, ich tu dir nicht gut. So Leute, das war's wieder. Mein Gott, wie schnell die Zeit vorbeigeht. Ich hab's nicht mal geschafft. Eine Übung nur für die Schulter. Eine Stunde und 15 Minuten darf man nur bleiben. Also ruckzuck schnell machen. Wie gesagt, besser als gar nichts. An euch alle da draußen auch. Leute, macht was. Keine Entschuldigung. Bleibt mir gesund. Bleibt anständig. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Euer Charlie. So, was geht ab? Kleiner Bonus. Die Frage, was soll ich jetzt essen nach dem Training? Also Leute, geht ganz schnell. Ist jetzt kein Hexenwerk. Ihr könnt einmal diese Prinzessbohnen, Garnelen. Ich finde auch diese Billig-Garnelen oder von Jahr schmecken mir manche besser als die teuren. Das muss jeder für sich selber wissen. Ist jetzt kein Hexenwerk. Zehn Minuten. Das Gericht ist fertig. Also Leute, nicht nur gesund trainieren, auch gesund ernähren. Dann wird das auch was. So. Zehn Minuten. Und habt ihr schon Gericht. Viel besser als ein Döner, Kebab oder eine Pizza. Und zum Schluss. Flöde Sol. Und. Leila. Komm Schatzi, essen. So, natürlich habe ich kein Salz für den Hund gemacht. Guten Appetit, euch alle. Komm Schatz. So. Ob das Leila mag? Wir gucken mal. Auch Schatz. Es ist es. Schmeckt's? Darf ich auch ein bisschen nehmen? Okay. So. So. So.